da sind wir zurück in counterstrike und bei bank und erst mal hier logisch antiterror so und dass die aufwärmrunde vorbei haben sehr viel von dieser map sehen können doch der coole Waffe achtes es ist schon wieder von B Prozent von Prozent P.D. Aua sie folgt ist voll viele Maps vom P.D. der Marsch die Griechen gegen den Rest der Welt die Wälder ich gut du gegründet ist ich bin es nach oben es ist bei der Map gut hier gibt es ein Haus und da kann man hoch würde man sagen das ist ziemlich gut für Sniper so ah Gewehre du kannst ja einfach eine Scar holen Aua tut doch weh Mama boah triff halt das gibt es nicht so warte kann ich noch B Kaufzeit ist abgelaufen Kaufzeit ist auch abgelaufen boah hier laufen auch Hühnchen rum voll Premium ich liebe diese Map Aua Aua Papa Mama es tut doch weh wenn du mir einen Reindrückst man äh wie immer Anti Terra so ich hab keinen Fall mehr raus na gah warum drücke ich mir mal Exit boah ist der Scheiß da wollte er sich ransneaken und dann hab ich ihn einfach weggemacht den den euch euch hier auf die Scheiß fällt ja darum nehme ich immer die Snapper jetzt boah wieviel kann ich denn der Bitteschön noch reindrücken ey boah das bist du ja juhu erst mal aufs Haus hochgehen Mann ihr konntet er mich denn sehen Mama boah warum drück ich denn immer Exit boah ich hasse das das hat mich gut gemessert aber jetzt mein Freund mach dich weg so alter war der scheiße warum wollen die sich denn bitte schon alle ansneaken und dann drehe ich mich um und schieße ihn tot also bringt ihnen das ansneaken eigentlich rein gar nichts also sie sterben halt und das ist gut für mich jetzt können sie es weiter machen au ach da hinten war doch noch eine ja sehr schön jetzt weiß ich das auch warum drücke ich immer Exit ja auch zu schießen jung ist alles safe schießt am laufenden sind mit Messer um was wollen wir sehen wollen Messer würde ich mal sagen die erkenntnis des jahres ne ja ja was machen die wohl mit dem Messer ja da bin ich durch die map nach draußen geglitscht der hammer sorge wäre es gar warum drücke ich immer exe drücken wie die ganze zeit exe oder mache ich damit das gar weg peinlich peinlich ja bei Wow. Fast hätte ich Schaden gekriegt. Kannst du dir vorstellen, ich hätte Schaden gekriegt. Nicht auszudenken. Juhu. Ich bin aber die erste. Das macht mich traurig. Ich mag lieber durchwaschen, also komm her. Alter, war das gerade scheiße von mir. Leck mich am Arsch. Dann raschen wir mal durch. Nimm Duel Barretters und verreck erst mal. Nein. Das ist doch kacke, Mama. Jetzt mag ich leider... Jetzt mag ich die AUG. Boi, joi, joi, senk, gehöre, höh, höh, jetzt. Nein, da komme ich nicht durch. Aua, aua, aua. Ganz fein hier, ne? Ganz fein. Wie ich es einfach nur drauf habe. Nein, da muss ich nachladen. Das geht mir nicht, ne? Boah, wieder einfach nur verschiebt. Scheiße, da hat er nicht verschiebt. Hahaha. Woher bin ich immer die Sniper wegmacht? Ja, ich auch. Und ich komme zum Beispiel gerade mit der M4 einweg gemacht. Ich komme immer mit der Schuhe. Ja, da kommen wieder meine Schallgedämpfte, ey. Mega awesome, Mama. Will da einer kommen? Will da einer kommen? Nee, will keiner kommen. Ja, okay, dann... Doch, da ist einer. Oh, da. Schade, schade. Mann, oh. Das ist der Schrotze und da läuft einer. Erstmal wegmachen, sagst du. What the fuck? Was lecke ich denn hier schon wieder so rum? Das geht doch nicht. Ich liege nicht so leblos rum. Nein, komm, ich bin tot. Da, 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 da. So, erst mal das doofste machen, was man überhaupt machen kann, mit einer Schrotze aufs offene Feld laufen. Ja, ich bin tot. Hahaha. Warum habe ich denn immer die gleiche Schrotze? Und eine Pistole. Weil ich wiege ich gerade hammerhart mit der Schrotze vom Dach und das Neipen schon zweigekillt. Aber ersterfte jetzt vom Dach und das Neipen. Boah, im Mega-Awesome. Du hast du für Spackungen hier. Mann, jetzt habe ich den Schrotzen. Nein. Mano. Ja, okay, die ist, glaube ich, gut. Ich habe dich überholt durch meinen Aufholzglück hier. Na ja, komm, ich bin gerade richtig scheiße. Jetzt muss ich mal wieder hier, aber die richtig... Warum denn? Ich bin doch kacke. Mann, warum drückt ihr mir denn sofort einen Header rein? Da hast du keine Schritte, Mama. Gewehre AUG ist, glaube ich, die beste hier, weil die hier snipen kann oder auch nicht snipen kann. Mann, kann das nicht anders sagen, dass da hinten einer ist? Nicht so einfach. Wo bin ich denn hier? Oh, wie ich hier gerade übel lang rumstehen kann und irgendwie keiner mich trifft. Okay, jetzt hat mich eine Rechte gemacht. Ich habe jetzt mit dem Fettnippen und dachte ich, es bleibt alles möglich. Ja, voll geil. Oh. Oh, wie schockt. Boah, das gibt es noch nicht. Mann. Boah, war das eine scheiß Runde. Ich war besser wie du. Ja, ich habe am Ende auch positiv gemacht. Ich habe eine scheiß Runde gehabt. Ja, fast positiv. Weiß nicht, was nehmen wir an? Drei, ne? Ich muss es ausmachen, aber ich kann noch drei abstimmen, so. Dann sehen wir uns nächste Folge wieder, bis dahin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Counters, schweig. Wieso nimmst du auf? Weil ich aufnehme. So, zu viert. In einem privaten Spiel mit Bots. Geiselbefreiung, genau. Boah, nein, ich habe mir keine Waffe gekauft. Nein. Oh, jetzt habe ich eine Waffe. Ja, das finde ich eigentlich auch immer eine geile Taktik. Einfach kein Geld für Waffen ausgeben und dann die Waffe von einem Gestorbenen zu nehmen. Finde ich eine geile Taktik. Er hat am Molotow geworfen. Weiß ich nicht. Hey, mein Job. Was ist denn, Geiselbefreiung? Ich weiß nicht, wo die Spastis sind, ey. Scheiße. Hey, Philipp, lass das mit einer Rauch. Dankeschön. Boah, du hast mich jetzt echt gerettet. Leck mich am Arsch. Ich hätte dich gekillt, oder? Weiß ich nicht. Ne, ich hatte noch 66 Leben. Ich habe dich gerettet? Juhu. Noch nicht. Was magst du denn? Erstmal sterben, oder was? Na klar doch. Schwul oder so. Von Bord. Ich will mir jetzt aber eine andere Waffe trotzdem kaufen. Ich hatte 10.000. What the fuck? Lalalala. Schubidubidub. Schubidubidubidubi. Schubidubidubidubi. Boah. Ne, das denkst du dir. ich habe beide nicht hat mich bei dem Weg gemacht ich war eine Welt im Ort die erste Kinder hat aber er er hat die mehr vom mal vom Land von Fabian damit das neid warum er ich wollte eigentlich auch von außen lösen beschütze mich mal junge 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 du willst viel mehr als Tag lang ist zwar wie lebt eigentlich kein Wort mehr oder er doch einer lebt noch ein Wort erlaubt der Klo und kein Wort vor allem ist es scheiß Basis ist aber die scheiß Geiseln rumgammeln ich hab kein Fall halt mal auf die Mini-Map Junge Junge äh Orientierung Orientierung gefunden ich glaube ich ähm hat es geholfen wird ich finde es immer so geil dass wenn sich die Bots der Granate kaufen dann rennen sie irgendwie gleich alle beiden nach dem Spawnern damit in der Hand rum ja weil man damit auch schneller ist ist mir scheißegal hey Flo komm mal her zu mir wir greifen zu zweit an ja ich hab sie doch beide weg gemacht was willst du jetzt scheiße du hast einen Weg gemacht wir haben zusammen gemacht Aaaaah da kommt der Philipp Tach 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 ihr werdet echt nicht schlauer ne boah fuck der noch Marco wieso ist schlussendlich kein Bot mehr übrig der geht bestimmt zu anderen Geisel oder wer von euch beiden hatte eine Hochexplosivgranate dabei ja ich na danke ich bin hier der mit der was mit Granaten so läuft das möchte ich gern wissen fuck hallo das ist so scheiße wir haben euch eiskalt immer umgelegt und dann hattet ihr eine so ne kack Geisel wir können es halt boah aber das ist schon so äh Puls bei 200 irgendwie oben wenn du dann die Geisel da hast und der letzte bist ja ja er hat die Kanäle in der Ecke ist man ja jungen 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 wer hat da mein Job übernommen und eine Granate reingeworfen ich bringe ihn um Marco geht's dir gut hm man bist du fit an mir Headshot das ist so die du mal vor was da hinten war einer äh komm 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 weiter let's go du 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 und dann tue ich dem noch einen aaaah oah das ist so scheiße Fabi du kannst nix ne ich bin mal konkret erster im Team mit 5-0 noch keinmal gekillt Ja, und ich gehe da so durch den Rauch, durch den Knobitter-MP. Warum sind die da zu fünft gekommen oder zu viert? Alter! Ihr seid scheiße. Warum hat der eine AK? Wer der? Ja, unser Typ. Warum hat der eine AK? Ah, machst du nix? Du Drecksack, Flo. Machst du nix? Scheiße, die erste Runde. Nein. Boah, der Klipp-Bott. Deiner scheiße, AK. Ja, weil der AK halt einfach geil ist. Entschuldigung. Ach, das nervt mich. Faden. Nimm eine Waffe in die Hand. Nein, nicht schlecht, die Taktik. Jetzt weißt du nicht, wo es hin muss. Wie komme ich hier raus? Andersrum. so, richtig. Der lediglich. Ja, der da ist. Scheiße. Ja. BAM. Noob. Hey, aber Fabi, dann gibt es die Rauchgranate übrigens. Hey, ich habe keine Hoffnung. Achso, Hurt, doch hatte ich... Kurz vor... Kurz vor... Ja, 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 erst nicht hier rumheulen. in der eine runde das sind die alle auf einmal um die ecke gekommen ist ja warum musste ich denn dann nachladen warum külte mich so schnell alter Bordwitz mich verarschen ja okay die orientierung verloren wo bin ich am Arsch wo bin ich nein man wo muss ich hin boah punkern ist geil so ja jetzt ist er gut wo muss ich hier gleich wieder hin glaube ich ach da gehst du zur zweiten D halt stopp ja da hast du keine chance mit einer scheiß Pistole wenn der andere eine scheiß Awe hat wer nimmt denn eine Awe auf der Map das ist doch keine Awe du Strahlemann das war eine XM ja ich weiß aber der hat als zweitwaffe also als primärwaffe eine Awe und welcher Strahlemann hilft auf dieser Map eine Awe also die Bots sind manchmal so dämlich wer nimmt denn eine Awe kann mir mal wer sagen wo ich hin muss ich hab drei ja alter alter das gibt es nicht da gibt ihr mir einen Headshot das ist so geil ich liebe das einfach nur alter ich liebe Schrocken das ist so geil das ist so geil ich liebe das einfach nur alter ich liebe Schrocken geil so langsam haben wir den Dreh raus ja es geht ganz gut ja zack nur weil die XM so hammer nice ist Digga ach kein Small musst du von mir gucken ach schön alter wie kommt der da hin alter geflasht wer hat die eigentlich dahin geworfen die Rauchgranate ich achso ich weiß nicht ob ich gehen soll ich hab Feuer hinterher geworfen geh nicht rein da gebe ich dir einen geschmeidigen Heller würde ich mal sagen der Molotov ging irgendwie drüber ja ich hab ein bisschen zu hoch geworfen jetzt bin ich der einzige Fabi du kannst das halt nicht Fabi was 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 wo ne scheiße ach ja ja sorry das innere Befriedigung die Waffe ist auch nicht schlecht Marco hat einfach mir einen Headshot gegeben ich hatte kein Glück das war Können Junge unterscheide mal Glück von Können als ob du Können hättest Junge 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 ich hab zwei Tage mehr Spielpraxis ich hab bei mir gar nicht erst anfangen zwei Tage mehr ich hab ja nicht gesagt das ist doch wolltest du aber woher schmeißt du denn immer Smoke ey Fabi wieso schießt du dich hin oder auch weil ich ne ist aber nicht so feierlich weil ich ne LMG hab und da kann ich mal so richtig hart reinfeuern bisschen gammelig klar Alter Marco vom Gang Dreh dich um hä warte wo was vom Gang wo ja da wo du reingehst ich kann nicht immer mit einem Schuss das ist so und Masten nein hä ich hab den zweimal mit der Schrotflinte getroffen ha Mann ich hab grad ne anderes gefragt so was du kannst kann ich schon sagen warte Fabi ich flieg um dich rum und ich schau einfach mal nein das ist du darfst nur das Ego Perspektive oder ja eigentlich nur das Ego Perspektive ja ok ja wo ist Fabi hier wieder du kannst ihm zwei tipps geben aus der Ego du kannst ihm zwei tipps geben aus der Ego der Fabi da draußen ist er sicherlich nicht ne 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 danke Flo dass du uns so unmissverständlich mitteilst wo Fabi ist bitte bitte danke und ich bring die Leiche äh ich bring sie rein wuuu nicht du Scheiße und ich kill ihn auch noch hohe ja mit der Sput Held Held wunderschön wunderschön das macht das Leben wieder Spaß Junge die Runde wird aber nicht sehr lang weil ihr die Anfang weil ihr die Anfang weil ihr den Anfang einfach verkackt habt die Anfang ja die Anfang Probleme was Verbindungsprobleme sowas habe ich nicht A der Verbindungen A A A was soll das Video über zwei Sachen so gleich reinwirft ja 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 ich habe ein Messer in der Hand und steht da und kann nicht Waffen wechseln kann gar nichts das lauf gib mir die springe aus dem Fenster und ich springe hinterher hui wo will der hin mach es schon aber getrennt mama ja ja gewonnen du warst dich erster ernsthaft ja ok warte ich weiß aber nicht wie lange das war boah ich glaube es geht gerade gar nicht wie lange ist denn der Anruf schon äh der ist jetzt schon eine Stunde und zwei Minuten achso ja ok das kann man jetzt nicht sagen egal machen wir einfach zwei Folgen scheiß drauf komm stimmt es mal für drei ab warte ich bin ja eh gerade draußen weil warum das ja weil 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 irgendwie Verbindungsprobleme waren ja ok dann machen wir eben nächste Folge weiter und ich hoste jau ok bis dann tschüss tschüss will noch ja tschüss sagen naaa